Es gibt mehrere Erklärungen dafür. Die einfachste wäre, den Verdacht von sich abzulenken. Also, Sie glauben, dass Simpson der Mörder ist? Ich habe keine Ahnung, Watson. Ziemlich kompliziert der Fall. Statt zu wenig Indizien haben wir diesmal zu viele und auch zu viel Verdächtige. Das Bild des Puzzlespiels nimmt immer mehr Gestalt an. Aber die Stücke passen noch nicht zusammen. So weit ist alles klar, Holmes. Skrupellos beseitigt der Mörder eine nach dem anderen, um das Geld von der Versicherung für sich allein zu haben. Bitte, das Motiv. Und die Kerne, wo kommen die her? Naja, der Mörder hat eben einen Komplizen, der Sie bringt. Warum? Wer warnt denn sein Opfer, bevor er es umbringt? Nein, nein, Watson, das reimt sich nicht zusammen. Das heißt also, wir schwimmen, Holmes. Mitten im trüben Wasser. Zu trübe. Jemand scheint es immer wieder aufzurühren. Und was glauben Sie, warum er das macht? Um uns irre zu führen. Hier ist ein intelligenter Kopf am Werke. Kalt, berechnend. Der ist schwer aufzuhalten. Können Sie nicht was anderes rauchen? Was soll ich nach alten Socken? Starker Tabak hindert mich am Einschlafen. Nehmen Sie auch etwas davon. Wir haben eine lange Nachtwache vor uns. Nein, danke. Ich brauche diese stinkende Kraut nicht, um mich in diesem Haus wachzuhalten. In diesem Haus des Schreckens. Setzen Sie sich doch. Warum stehen Sie? Paffen können Sie auch im Sitzen. Los, ihr Ganoven, Hände hoch, ihr seid verhaftet. Wer ist denn da drin? Die guten Kameraden. Oh nein, nein, die sind tot. Tatsächlich? Los, los, los. Einer neben den anderen. Ich hielt Sie alle für tot. Das wollten Sie ja auch erreichen. Watson! Rayburn, King, Davies, Coastgrave, Marival, Simson. Wie undankbar von Ihnen. Ich bin froh, dass Ihnen nichts passiert ist. Aber später hätten Sie auch nicht kommen dürfen. In ein paar Minuten hätten Sie mich ins Meer geworfen. Und wären in einem Schiff entkommen. Geschadet von Simson. Es war da draußen, vor der Küste. Ich gratuliere Ihnen, Lestrade. Sie haben gute Arbeit geleistet. Ein Kinderspiel, Mr. Holmes. Und Ihnen möchte ich auch gratulieren, meine Herren, zu Ihrem genialen Plan. Ich gebe zu, hätten Sie Ihr Geheimnis nicht noch durch die Apfelsinenkerne unterstreichen wollen, hätten die Hintergründe der Ereignisse in Draycliff House meiner Aufmerksamkeit leicht entgehen können. Sie sind sehr berät, Mr. Holmes. Und wenn Captain Simson seinen Tabak nicht mitgenommen hätte, der in der Bibliothek lag, wären Sie eventuell doch noch entkommen. Nebenbei bemerkt, Lestrade, ich nehme an, dass jeder dieser Gentlemen seinen Teil der Versicherungssumme bei sich trägt. In einer vollgestopften Brieftasche. Wie, voll idiot, Simson. Ich habe Ihnen gesagt, man wird merken, dass der Behälter leer ist. Und wer hat gesagt, ich soll hinter dem Haus herumschleichen? Also, Vielen Dank.